Gestern Abend habe ich mit meinem Sohn Biologie studiert. Er hat sehr viel Schularbeit. Und in Biologie, gestern Abend, hat er von Wassereigenschaft gelesen. Ich bin nicht sehr gut in Biologie, aber hier ist Blumen und da ist Wasser. Und warum können die Wasser nach oben fahren? Gegen Geschwindigkeit, gegen Schwerkraft. Es heißt Koalitionskraft, Wasser klebt und das ist dasselbe mit Leben, glaube ich. Und ich finde eigentlich, dass dieses Wasser, mein 05, fährt nach oben gegen Schwerkraft. Das ist, was Christian hat gesagt. Applaus 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 Applaus